Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, ob Glück oder Können, win ist win. Lass dein Abo da, schreib das in die Kommentare, aktiviert die Glocke. Heute gibt es, richtig, die erste Folge Grow Company als Ersatz für Call of Duty Warzone, weil die Blizzard Server abgestürzt sind. Naja, viel Spaß bei dieser Folge. Los geht's. Hopp, öffnen, hab ich Geld. Äh, hallo? Ah, das ist ähnlich wie bei, okay. Okay, das hat sowas von diesem anderen Spiel. Okay, von Valorant, ne, mit den Waffen kaufen. Okay, Ziel, wurde aktiviert, cool. Allererste Runde, nagelneues Game. Es geht zwei Minuten. What? Oh, ach, oder starten, hä? Startet es in zwei Minuten, was ist? Ach, wir starten. Nee. Oh mein Gott, hat mich einer gehört, es tut mir leid. Ich bin hier gerade nagelneu in dem Spiel. Oh, der lebt ja noch. Unendlich, Muni. Komm her, komm her, komm her, komm her. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Bleib doch hier. Wenn du wegrennst, dauert es länger. Also optisch ist es ein cooles Game. Ah, die Seite zu uns. Boah, kacke. Ich schon wieder. Zwei, drei, eins, sie kommen in die Ecke. Oh, kacke. Missdauer. Äh, ja. Muss ich den Zielpunkt übernehmen? Okay, wir starten auf jeden Fall neu. Coole Sache. Ich verzeh die Zeit nicht. Ah, nein, ich hab nur noch die Waffe. Ja, es ist wie Valorant. Man muss also immer wieder Geld machen und Outfits kaufen. Äh, Waffen kaufen. Okay, cool. Was macht er? Oh, nice. Okay. Meine Energie ladet die wieder auf. Ich hab keine Ahnung, wie es funktioniert. Oh, Mist, da ist ja noch einer. Nein, jetzt sind ja mehrere. Verdammt, ich sterbe. Jopp, ich sterbe. Okay, es ist ein interessantes Game. Auf jeden Fall. Okay. Ah, ich hab die Waffe noch. Oh, jetzt ohne Scheiß. Oh, ich hab... Also, man behält die Waffen nicht wie bei Valorant. Okay, der ist schon tot. Okay, man hat eigentlich auch unendlich Money. Nein, 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 nein. Das war klar, das gibt's doch nicht. Ist interessant. Nein, er wollte mich heilen, oder? Letztes Leben, man hat begrenzte Leben. Okay. Also, man behält die Waffen und hat begrenzte Leben. Okay. Ja klar, es geht um das Gegner-Team auszuschalten. Ich kapiere es langsam, okay. Hey, es ist meine erste Runde. Deswegen sollte man auch sein Team heilen. Komm her. Okay. Das ist lustig. Ach, wenn wir es trotzdem Punkt einnehmen, das stimmt wirklich? Okay. 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 Das ist eine blöde Idee, komm her. Ich bin zu schlecht dafür. Ja, ich bin zu schlecht für dieses Spiel. Runde verloren, das gibt's doch nicht. Nice. Okay. Äh, meine allererste Runde. Rogue Agent. Es geht gleich weiter? Okay. Also, das hat kein Ende. Habe ich, habe ich. Äh, nehme ich nochmal. Äh, das hier. Als Hauptbuffe. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Und es geht weiter. So, es geht eigentlich immer weiter. Oder wie? Oder, ich habe keine Ahnung. Okay. Ab und runter. Wieder rein da. Ein paar Minuten machen wir noch. Und ich finde es auf jeden Fall bis jetzt sehr lustig. Ich kann es nicht, aber ich finde es so lustig. Und es lässt sich gegensatz zu Valorant mit dem Controller zocken. Das ist leider... Valorant fand ich auch lustig, aber Tastatur und Maus ist gar nicht meins. Und das geht wenigstens so. Ah, ich bin Jonas und seine Vorteile. Ich sehe die Gegner. Oh, kacke. Nein, das ist eine Pam. Was habe ich denn genommen? Kacke, das Ding trifft ja gar nichts. Heil ich wieder? Okay, also down machen. Nicht nur finishen. Heil ich, heil ich, heil ich. Ja, ich heile. So. So. Ah, Mann. Ich bin zu blöd dazu. Kacke, kacke, kacke. Nein. Mist. Ich dachte, ich kann ihn killen. Okay, ich kapiere das Spiel ganz langsam. Also dieses Spiel kapiere ich ganz langsam. Okay, wie viele Kills? Ah, okay. Unser Team hat noch acht. Okay. Ich habe mir leider eine beschissene Waffe gekauft. Okay. Oh, nein. Den habe ich gar nicht gesehen. What? Okay. Team. Team, 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 Team. Scheiße, ich bin tot. Aber ist schon interessant. Also muss ich ein paar Stunden mehr mit verbringen. Kann ich die Waffe nochmal irgendwie? Nee, kann ich nicht. Okay. Vorsicht. Oh, ist die Waffe kacke. Wir müssen sie töten. Ich hoffe, ich kapiere es richtig, was ich hier tue. Ich bin zu blöd, meine Waffe nachzuladen. Aber sonst ist alles cool. Okay. Okay, sie haben null. Haben wir gewonnen? Ich kapiere es nämlich noch nicht ganz. Aber so ein bisschen. Was hast du erwartet, Trignal? Du kommst zurück. Jetzt. Den Gegner haben wir noch. Wir haben gewonnen. Yes. Ich kapiere das Spiel. 1 zu 1. Ach, es geht. Ah, okay, cool. Es geht, wer als erstes 2 gewonnen hat. Okay, okay. Ich habe es kapiert. Ich kapiere es. Ich kapiere es. Shop. Ich möchte die wieder haben. Ja, das möchte ich. Den. Was macht man eigentlich, wenn man die tunet? Man tunet die Waffen, ne? Oder? Äh, das Spiel gefällt mir. Das Spiel gefällt mir richtig gut. Da muss ich wirklich ein paar Stunden investieren. Und nicht vergessen, ob Glück oder Können. Wenn es will. Lass deinen Abon da. Liked das Video. Kommentiert die Kommentare. Schreibt was. Ich bin zu blöd zum Labern. Das gefällt mir richtig gut. Da werde ich ein paar Stunden mehr verbringen mit dem Spiel. Dieser Modus gefällt mir sehr gut. Spion ist auch cool. Wenn man kapiert, was man tut. Vorsicht, Vorsicht. Okay, habe ich. Oh nein. Ich wechsle bloß immer Bücken und Springen. Wow. Wow. Ich war angeschlagen. Verdammt. Ist cool, ist cool. Also insgesamt hat jeder zwölf. Ja klar, jeder Spieler hat vier Leben. Okay, ich kapier's. Ich kapier's. Ja, ich versuch zu kommen. Ah, ich glaube, du bist komplett tot. Aber es gefällt mir. Gefällt mir. Gefällt mir. Ich glaube, ich bin auf der völlig falschen Seite der Karte. Okay, okay, okay. Oh, das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Yes. Jetzt brauche ich jetzt mal Energie, aber es gefällt mir. Ich liebe es. Es ist simpel, aber gut. Oh. Haben wir auch Granaten? Energie, Energie, ja. Gut. Das habe ich nicht aufgepasst. Verdammt. Falsches Ziel amüsiert. Und ich bin alleine hier. Okay, sie finden mich. Finden mich. Egal, komm. Einmal dürft ihr. Einmal dürft ihr. Komm, ja. Ihr habt nur noch zwei Leben und wir haben acht. Das kriegen wir hin. Diese Runde gewinnen wir. Wir sind das bessere Team. Rogue Company. Okay, das würde ich auch privat noch ein paar Mal zocken. Auf jeden. Das ist ja jetzt erstmal ein Ersatz für... Ersatz für... Das kriege ich noch nicht hin. Warzone. Eigentlich würde morgen bei mir... Also heute Warzone kommen, aber... Wir haben gewonnen. Der Gegner hat gehackt. Was heißt das? Haben wir nicht gewonnen? Die Gegner... Ah. Mist. Aber die haben doch null. Dann himhackt. Komm schon. Hol mich zurück. Ja, super. Danke. Sehr lieb von dir. Haben wir nicht gewonnen? Die haben null. Danke. Bist du down? Komm her. Und zurück ins Leben. Yes, wir haben gewonnen. War's das? Oder kommt noch was? 2 zu 1. Wie weit geht's? Match Point. Okay. Match Point. Es geht noch weiter. Ich denke, man kann die Waffe tunen. Ich habe keine... Manition. Ich habe keine Ahnung. Ich denke, das ist so eine Art Tunen, oder? Schnellere Schießen. Härtere Durchschlagungskraft. Es gefällt mir sehr gut. Ich habe nur keine Ahnung, wie viel Runden das Spiel gibt. Ja, es ist leider ein Ersatz für Warzone. Ich komme auf die Blizzard Entertainment Server nicht rein. Gefällt mir aber gut, was ich hier sehe. Rogue Company. Gefällt mir sehr gut. Okay, Punkt A. 2 zu 1. Wie viel geht das eigentlich? Vorsicht, Gegner. What the hell? Nooo. Ja, das Waffen aufcraten ist für alle gut. Okay, gehen wieder da. Und theoretisch hat meine Waffe aufgecratet. Ja, ich versuche zu kommen. Ich versuche zu kommen. Nein. Und immer gleich finishen. Wow, das Messer habe ich übersehen. Verdammt. Mach ihn blatt oder heil mich? Eins von beiden. Okay, mach ihn blatt. Danke. Du, ich liege hier und verblute. Danke. Okay, er steht 7 zu 9. Der Gegner steht besser da als wir. Kein Problem. Holen wir auf. Geht's hier lang? Ja, wir verlieren die Runde. Ich habe keine Ahnung, wie viele Runden es gibt. Okay. Ja, natürlich gewinnt der Gegner. Wir spielen ja immer noch gegen die gleichen Leute. Das ist heftig. Weil sie diesmal sehr viel besser dastehen als wir. Danke, ich verblute. Ich bin tot in 3, 2, 1 und... Nein, Gott. Nein, das Spiel ist cool. Das Spiel gefällt mir wirklich. Obwohl es gerade nicht so klingt. Ah, fuck ey. Das Wort habe ich nicht gesagt. Sorry. Haben wir ihn? Ja, links. Okay, okay. Ich hänge, ich hänge. Mann! Diese scheiß Blumenbeet hier. Dieser verdammte Blumenkasten. Danke fürs Nichtreilen. Hallo. Teammate. Ah, nein, nein. Ich habe keine Ahnung, wie viele Runden es gibt, aber wir sterben gerade. Ich meine, wir verlieren gerade und das ist gut. Ey, wenn das immer noch diese gleichen Teams sind. Ich habe es hier jetzt nicht aufgepasst. Ey, das Team holt auf. Gewinnen wir das noch? Gewinnen wir das noch? Na, kommt schon Gegner. Ich höre dich doch schon. Von hinten. Von hinten. Yo, Runde gewonnen. Alter, es sah so schlecht für uns aus. Wir haben die Runde noch gewonnen. Danke fürs Zusehen. Das war es mit diesem Video. Ich wünsche dir einen schönen Tag, einen guten Morgen und einen noch besseren Abend. Ich bin hier mit raus. Peace! 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 Outro Untertitelung des ZDF, 2020